Aber nicht diese Nummer mit, pass gut auf dich auf und nimm irgendwelche Malaria-Vorsorge. Also was ich dir noch sagen wollte, liebe Carola, pass gut auf dich auf und nimm die Malaria-Vorsorge. Und sonst noch irgendwas Persönliches? Ich will dich heilig wiederhaben. Warum? Weil ich sonst niemanden zum Rumstenkern habe. Vielen Dank für das Gespräch. Du sollst eine schöne Reise haben und du sollst viele Eindrücke... Viele... Du sollst viele neue Eindrücke haben und die Reise soll dein Leben bereichern. Das wird sie. Kup.com Zerschiedene.